Was ist Ultra an Ariel Ultra? Bei solchen Matschefüßen habe ich früher aufgegeben und jetzt kriege ich es wieder super hin. Das finde ich Ultra. Solch schmutzige Socken, die mit herkömmlichem Waschpulver nur so sauber wurden, werden mit Ariel Ultra jetzt mehr als sauber. Ultra rein. So ein Dreckdesaster kriege ich wieder super sauber. Ohne Vorwäsche. Ultra nicht? Ja, durch das Öko-Säckchen löst sich Ariel Ultra ohne Vorwäsche schneller auf und wäscht deshalb mehr als sauber. Ultra rein. Ariel Ultra wäscht mehr als sauber. Ultra rein. Untertitelung des ZDF, 2020